Die deutsche U-Boot-Flotte rückt auf Feinfahrt aus! Auf Feinfahrt! Auf Feinfahrt! Wir laufen jetzt hier aus dem Hemskeler Hafen aus und wollen euch heute mal auf dem 99er Plateau ein bisschen Naturgöter anzeigen. Und ich denke, das Wetter passt heute. Die See ist bis jetzt noch recht ruhig. Ja, wir schauen mal! Jetzt legt der Felix den Hebel auf den Tisch! Ich bin jetzt noch recht ruhig. 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 Bis zum nächsten Mal.